Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Bei Kavathos war ich und habe mir eine seiner Quests hier geholt, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Quests, äh zwei, also hier sind normalerweise drei, eine davon habe ich mir jetzt genommen und die besteht aus zwei unterschiedlichen Quests, also quasi zwei Teilen, zwei Teilen oder zwei Teilquests. Das eine ist, ähm, Kavathos, die Flammenseele, ne, Rüstungsfragmente sammeln, Ausspähungsinstrumente aktivieren und einmal, naja, Kavathos besiegen, ne, die Asche senken, untersuchen, die Quest, Kavathos, die Flammenseele abschließen. Okay, äh, ich würde mal die kurz... ...beide aktivieren, damit ich die hier habe. So, Gyrion besiegen habe ich mir auch geholt, aber die habe ich jetzt erstmal noch nicht aktiviert. Was ist das denn hier? Hast du ein bisschen ein Stück Zeit verschritten? Nein, das brauchen wir nicht. So. Das sind die Quests, die momentan natürlich hier aktiv sind. Ich habe darüber hinaus noch etwas in meinem Inventar. Ich habe mal wieder hier solche Entschlüsselungsschablonen und ich habe etwas Neues gefunden beim Kämpfen, und zwar belastende Dokumente. Jawohl, belastende Dokumente. Ich möchte die mal anschl... äh, naja, aufnehmen, die Quests. So, kostige Schatulle gibt es. Sammelt belastende Dokumente. Annehmen. Und das hier nehmen wir auch an. Und dann gehen wir einfach mal... ...aufs Abenteuer, oder ins Abenteuer. So, ähm... Ich habe schon die erste Markierung, die wir entschlüsseln können. Das werden wir doch glatt machen. So, wenn ich mich nicht irre, dann muss ich hier einmal rum. Und da ist sie. So, die nächste. Wo war die nächste? Da ist die nächste. Ja, genau in dem Gebiet, wo wir hin müssen. Das passt ja gut. Ein bisschen querfeldein. Damit wir hier keine Monster aufwecken. Die ganzen Straßen patrouillieren. So, Asche senke. Ja, überall Monster. Ich gucke mich auch überall mal so ein bisschen um. Um diese lila Sphären. Diese Aussichtssteine zu finden. Einen habe ich schon gefunden. Drei müssten irgendwo auf dieser Karte versteckt sein. So, hier wird mächtig gekämpft. Ja, wir helfen mal ein bisschen. Weiter möchte ich hier aber auch nicht kämpfen. Ah, wir sind schon dran vorbei. Da hätten wir was machen müssen. Na gut, wir sind schon ein bisschen zu weit. Kein Problem. Okay, gehen wir halt auch so zurück. Ja, jetzt haben wir keine Zeit mehr dafür. Mir leid. Ach, hier. Boi. So, Saurons Auge ist aktiviert. Okay, next. Jetzt laufen die aber hier rum überall. Oh, ob das gut geht. Oh, ob das gut geht. Autsch. Oh, wir haben keine Ruhe. Na. Sie gehen nicht weg. Dann gehen wir weg. Ich wollte doch nur Ruhe haben. Oh, sie laufen immer noch. So. Endlich Ruhe. Ich bin ja nicht hier, um zu kämpfen, sondern um zu spionieren. Ich bin ja nicht hier, um zu kämpfen, aber wir werden es nur nicht verhindern können. Es sei denn, kann ich das so machen? Nö, kann ich nicht. Außerdem sehen sie mich. Das haben auch immer. Au. Halt. Halt. Au. Halt. So, okay. Aktivieren wir das Auge. Boing. Was haben wir hier? Rüstungsfragmante. Die sollen wir ja sammeln. Die sollen ja Rüstungsfragmente sammeln. So, zwei Stück habe ich schon. Also ganz ums Kämpfen kommen wir nicht drum rum, wenn wir hier Fragmente sammeln sollen. Ah, schaut mal. Hier ist gerade das große Event. Kabals gegen Angriff. Und da haben wir aber zum Glück nichts, was wir reaktivieren müssten. Aber hier haben wir irgendwo Ja. Da kommen wir da so hin. So. Markierung entschlüsseln. Zack. Ne, wir machen hier gerade mehrere Quests auf einmal. So, da bin ich vorhin glaube ich abgehauen. So, da geht er zurück. So, da geht er zurück. Ja, toll. Geh da rauf. Statt, dass er naja, egal. Was liegt denn hier? Okay, das ist was anderes. Aber wir schauen mal rein. Alter, mann, Herzen. Kommst mit. So, hier muss das doch jetzt irgendwo. Ach, noch ein Stück weiter. Komm ich hier rauf? Hä, schade. Nein, komm ich nicht. So, roter, blöder Eisengolem. Ja. Hier ist das Zeugs. Sehr schön. Oder auch nicht. Naja. Kommt doch alle her. Au. Au. Genau. So, hab ich's gern. Ich hoffe, das geht dann zumindest mega riesig Rüstungsfragmente. Ich hätte mich auch ein bisschen vom Kampf buffen können. Oh, immer noch nicht tot. Oh, da kommt die. Da kommt die Patrouille. Super. Kommt ja genau rechtzeitig. Und das Schiff kommt an. Sehr schön. Au. 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 Da kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ah, der ist doch schon tot. Bisschen Lava hat er hier verteilt. Ja, genau. Au. Puh. Okay, schnell das Ding hier aktivieren. Moin. Also haben wir gut hingekriegt. Würde ich mal sagen, so alles in allem. Nächster Punkt. Hm. Okay. Einmal links rum und einmal rechts rum. Oder... Wir nehmen den Punkt hier. So. Also einmal hier vorbei. Hopp. Oh, wieder eine Patrouille und alles. Hm. Ich liebe es nicht. Was ist das denn? Diese Truhe wurde offensichtlich mit einer Falle präpariert. Findet die Schatzkarte des Flussvirbels, die Instruktionen zur Entschärfung der Falle enthält. Okay, interessant. Interessant. So, ich denke mal, diese Gruppe muss ich killen. Da wird nämlich irgendwo... Hier wird nämlich irgendwo... Flammenhexer... So, der ist die weg. Ah, der will nicht so in den Nahkopf, ne? Was hältst du davon? Da kommt so die Patrouille. Machen wir mal schnell hier das Auge an. Außerdem haben wir hier noch was zu mitnehmen, ne? Das wollte ich nicht hier stehen lassen. Ah, lasst mich doch in Ruhe. Ah! Alter Schwede. So. Ihr könnt alleine spielen. Keine Lust mit euch. So, ich hab mich mit denen hier zu verdienen. So, äh, zuerst der Wexer. Zwischen den Kämpfen hab ich mich glücklicherweise nicht gebufft. Sonst wär's ja auch viel zu einfach. So, dann stellen. Zack. Held nach der Begegnung. Ja. Keine Lust darauf. Oh, das können wir mitnehmen. Das war das letzte Auge, oder? Wow. So, das war soweit, das. Hier ist... Oh, das können wir mitmachen. Warum nicht? Wenn hier schon irgendwie gebettelt wird... Oh, das Feuer, das Nerven. So, Zeit für einen kleinen Buff. Flink. Da kommt die Verstärkung. Oh, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Magie reinpacken, aber ich habe nur 10 rückgewonnene Magie. Das möchte ich also in diesem Fall nicht machen. Ich möchte sie mir aufsparen. So, was gab es hier? Hm, okay. So, was sagt unsere Quest? Also, das hätten wir soweit. Hier müsste ich Geheimspeicher plündern. Okay. Wir brauchen ja noch immer 5 Rüstungsfragmente. 5 Rüstungsfragmente. Ah, ich versuche mal hier ein bisschen was tun. Es geht scheinbar ganz gut bei denen, diese Fragmente zu haben. Das waren mal 2 Rüstungsfragmente. Von einer relativ simplen Truppe. Hm. Ich versuche mal, hier den nächsten zu bekommen. So, Flammenhexter. Jetzt stehst du wegen mich. Was kannst du ohne deine Leute? Ach, da kommt mir nix da. Ach, da kommt mir nix da. Ich versuche mal. Okay, ein... Ne, zwei Fragmente brauche ich noch. Und bei diesen Gruppen kann man die scheinbar echt ganz gut holen. Okay, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich möchte ja möglichst leichte Gruppen. Hier könnte ich mir sogar noch Schutz holen gleich. Das passt sehr gut. So, kommt hier. Hm. Keine Fragmente hier? Inventar vollständig belegt. So ein Pech aber auch für mich. Irgendwas, was nicht loswerden kann, ey. So ein Plätzchen haben wir bekommen. Also jetzt suche ich nochmal so... Eine einfache Gruppe. Die mir so ein bisschen Rüstungsfragmente geben könnte. Da, die sind ideal. Ah, eins fehlt mir immer noch. Eins fehlt mir immer noch. Na gut. Dann wird das hoffentlich die letzte Gruppe sein. Und zwar natürlich an die Teile. Und zwar, das nicht aus. Und zwar. Ich habe dann alle Flüsse. Und zwar das auch nicht. Ich bin auch jedenfalls so cool. Und ich habe das getan. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das so. Was ist das? Ich habe das Problem? Ziel erfüllt. Yes. So, und hier haben wir... Was haben wir hier noch gehabt? Okay. Alles klar. Wir können uns auf die Heimreise machen. Und auf dem Rückweg holen wir uns nochmal diesen Geheimspeicher. Ähm, nein, da lang. Hm, hier sind alle respawned scheinbar. Aber schlafen noch ein kleines bisschen. So, Geheimspeicher. Irgendwo hier muss er... Ohne hier. Nein, noch ein bisschen weiter. So, da hinten. Ah, hier. Unter den Steinchen. Versteckt. Yes, 30 Magie. Na, das hat sich mal gelohnt. 30 Magie? Au, alter. Habt ihr sie noch alle? Oh, hier war ich noch nie. Okay. Ist ja auch nicht so weit tragisch. Das Schatzschiff segelt los. Das Schatzschiff segelt los. Okay, das haben wir also verpasst. Macht aber auch nichts. Macht im Grunde genommen alles nichts. Okay, wir haben Quests, äh, jetzt, ähm... alle abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch abgeben. Hier. Hey, Kaubertos. Kabal, die Flammsiele abgeschlossen. Ganz schön clever, Kabal. Aber nicht clever genug. Ausgezeichnet. Ich muss dies noch eingehender untersuchen. Jedoch habe ich bereits ein paar Einblicke in Kabals Methoden erhalten. Jetzt brauchen wir etwas, das von einer eher persönlichen Natur ist. Äh, hä. Persönliche Natur, eine alte Flamme. Na gut, ich vermute mal, er meint eine alte Flamme. Das werden wir aber... ein anderes Mal... machen. Jawohl. Zeit ist nämlich leider um. Es tut mir ja leid. Ich würde mal sagen, ich sage hier vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ich würde mal sagen, Vielen Dank.